Die nachfolgende Sendung wird Ihnen präsentiert von Bali Berseri. Guten Abend, liebe Zuschauer und herzlich willkommen bei der ersten Live-Sendung wieder von time2do.ch im neuen Jahr. Das neue Jahr ist ja immer so das, wo sich die Menschen viel vornehmen. Ich mache das über das ganze Jahr, dann tut sich das nicht so aufstauen bis zum Rest des Jahres, aber wir sind ja so ein bisschen erzogen worden und das kennen wir ja alle aus unserer Kindheit heraus und aus unserer Jugend und da muss man sich die guten Vorsätze und Wünsche und da wird alles in ein neues Jahr hineingepackt. Das sind im Prinzip so kleine Dinge der Makulatur, aber welche, die ich ganz schön finde. Und diesen Tag heute, den ersten, wo ich wieder auf Sendung bin, den wollte ich einfach dazu nutzen, mich zu bedanken. Denn es ist ja für Sie vielleicht nur ein Punkt, wenn Sie mal einen Brief schreiben oder eine Mail. Bei mir schlägt das natürlich, als ich jetzt zurückkam und habe heute Morgen meinen Mail-Account aufgemacht, hat er 375 Mails oder 78 Mails runtergeladen. Müssen Sie sich mal vorstellen. Bin ich jetzt die Hälfte, habe ich heute geschafft, der Rest kommt morgen. Und das ist aber eine Sache, die ich gern mache, weil die hält den Kontakt, da kann ich Sie spüren, da kann ich Ihre Wünsche und das, was Sie an der Sendung gut oder weniger gut finden, das, was Sie an den Themen als interessant finden oder Ihre eigene Meinung dazu. Und das ist ganz wichtig. People TV. So heißt das Fernsehen der Zukunft. Fernsehen von Menschen für Menschen. Und die alle, die mich unterstützen, ob das finanziell ist, was sehr wichtig ist, sonst könnte ich das hier gar nicht machen. Und auch da meinen Dank und ich werde alles tun, um das Format time2do.ch auszubauen und natürlich zu verbessern. Und am Mittwoch werde ich Ihnen in der Aktuell-Sendung da die entsprechenden Dinge vorstellen, die wir jetzt in 2014 neu umsetzen wollen. Und ohne Sie, nicht nur die, die mich unterstützen durch Spenden, auch die, die mich durch redaktionelle Beiträge, durch Informationen, durch Hinweise, durch Zusenden von allen möglichen Dokumenten, Videos und so weiter, um ein Thema zu forcieren, Auch denen möchte ich herzlichen Dank sagen. Auch die ganzen Kollegen, angefangen von BewusstTV, dem Joe Conrad, dem Dr. Michael Vogt mit seinem neuen Internet-TV, Querdenken-TV und die vielen, vielen anderen über den Ivo Sassek, über alle, alle, die da sind, die Nuo-Wieso-Leute und EF, ein ganz ein Toller, der immer viele Dinge auf das Papier bringt. All denen möchte ich Danke sagen, denn Sie tragen dazu bei, dass ich auch Material über den Fernsehkanal veröffentlichen kann, was der Mainstream einfach ausblendet, weil man könnte ja auf unangenehme Fragen stoßen. In einer Gesellschaft, wo sowas gemacht wird, liebe Zuschauer, ist es natürlich nicht so, dass eigentlich demokratische Grundwerte existent sind. Denn verschweigen heißt geheimhalten und dieses Wort, hat Kennedy schon gesagt, ist ein Unding in einer Demokratie. Also wir müssen über alles sprechen können und wir müssen auch die Dinge nehmen können, wie sie sind und dann für uns entscheiden, will ich das oder will ich das nicht. Und die Freiheit, die muss uns erhalten bleiben. Ich habe heute mir mitgebracht viele Mails. Also ich habe, wie gesagt, heute so einen Berg Post und viele Grußkarten noch drin und auch viele liebe Worte und Briefe und Dank und Unterstützung und so. Und ich bin immer sehr gerührt, wenn sich die Menschen für die Sendung oder für das, was ich mache, bei mir bedanken. Denn man braucht da nicht Danke sagen. Ich weiß, dass Ihnen das ein Seelenbedürfnis ist und ich nehme es auch ganz, ganz demütig an und finde es toll. Aber es ist meine Aufgabe. Es ist das, wofür ich da bin, dass wir nicht mehr Fronten aufbauen, sondern die ganzen Informationen, die es zu einzelnen Themen gibt, die schauen wir uns an und dann vergleichen wir. Und dann darf, ich hätte jetzt fast gesagt, dann muss, nein, muss nicht, dann darf jeder seine Entscheidung dazu treffen. Das macht eine evolutionäre Gesellschaft aus. Nicht die, die ich ständig höre, die sich an alten Dingen, die ständig zurückgucken und wenn ich das Wort nur höre, die schöne alte Zeit. Sag ich, was war denn da schön dran? Wenn ich so zurückblicke, mein ganzes Leben hatte schöne Momente und natürlich auch weniger schöne. Aber ich möchte die Zeit nicht zurückdrehen. Ich habe vor kurzem gesagt, noch mal 18 sein in der Welt? Nee, nee. Wo ich aufgewachsen bin, da konnte man mit zwölf Jahren noch, wie sagt man hier, eine Strolchenfahrt machen mit einem alten Motorroller vom Großvater durch den Walden. Hat dich der Dorfpolizist erwischt, ist am Sonntag zu deinem Vater gekommen und da haben sie dann genau erklärt, warum das nicht gut ist, wenn man mit zwölf Jahren mit einem Motorroller durch den Wald fährt. Und damit war der Fall erledigt. Heute? Führerscheinsperre, Jugendstrafgericht, bla bla bla, alles. Es wird alles immer enger und es wird alles immer härter. Ist das gut für uns Menschen? Ich glaube nicht, dass es gut ist für uns, weil wir sind nicht hart. Da, der Tisch ist hart, aber ich bin nicht hart. Nee, ich bin eigentlich eine Biomasse. Und alles, was biologisch ist, ist nicht hart, sondern ist beweglich, ist im Wachstum, ist im Spüren und im Fühlen drin. Und da müssen wir uns doch orientieren. Die Dinge neu zu betrachten und einfach uns zu trauen. Und das ist so der Punkt, wo ich immer wieder die Menschen aufrufen möchte. Trauen sie sich. Und sie glauben gar nicht, wie auf der anderen Seite dann die Dinge angenommen werden. Aber, wie hören wir das oft, es war verboten, bis einer kam, der nicht wusste, dass es verboten war und er tat es. Oder alle meinten, es geht nicht, bis einer kam, der wusste das nicht und tat es und es funktionierte. Das sind so die Sätze, die uns heranhalten sollen. Ich will niemanden hier auffordern, gegen Gesetze zu verstoßen oder so. Das ist damit gar nicht gemeint. Es geht um die Entscheidungen in unserem täglichen Leben. Und mein Vater hat schon einen Satz geprägt in meiner Erziehung. Wenn ich immer gesagt habe, das geht nicht oder das kann ich nicht, hat er gesagt, geht nicht, gibt es nicht. Und zwar, sagt er, gibt es immer und für alles Lösungen und Wege. Die Frage ist, wie groß ist mein Antrieb und mein Elan, dahinter zu gehen und das trotzdem zu wollen, auch wenn alle anderen sagen, das geht nicht. Und das macht Visionäre aus. Das macht Menschen aus, die sich selbst gefunden haben und die ihren eigenen Weg gehen und wo die Meinung der anderen einfach zweitrangig ist. Weil wenn wir uns das genau mal betrachten, über andere die Meinung sagen, da sind wir immer schnell bei der Hand. Auch ich kann mich da nicht davon freisprechen. Immer besser wird es, aber ich kann mich an Zeiten zurückerinnern, wo die Hauptgesprächsthemen immer über die Leute geführt wurden, die nicht da waren. Bis ich das irgendwann festgestellt habe und habe das aufgehört. Und so ist genau der Punkt, wo es darum geht, sich zu verändern und einfach Dinge zu sehen. Es ist nicht fair, über jemanden zu sprechen, der nicht dabei ist. Es ist nicht in Ordnung, hinter dem Rücken von anderen Menschen Dinge zu tun, die dann über sie hereinbrechen, ohne mit ihnen vorher zu sprechen. Und die Dinge schlagen auch böse zurück. Sie haben die Sendung mitbekommen über die hermetischen Gesetze. Das bedeutet, das Resonanzprinzip ist immer wieder vorhanden. Wir können es nicht ausblenden. So funktioniert unsere Welt. Und wenn wir das nicht verstehen, dann lehrt uns die Welt das, bis wir es verstehen. Und wenn wir es immer noch nicht verstehen, haben wir den zweiten Weg. Ich habe es schon öfter gesagt, der Mensch lernt auf zwei Wegen. Entweder durch Erkenntnis oder Erkennen. Er kriegt einen Hinweis, er ist achtsam, er sieht es und sagt, ui, das will ich nicht mehr machen, da könnte es eine Konsequenz haben. Oder, wenn er das nicht tut, hat er die zweite Möglichkeit, Leid. Leiden ist ein Weg, um die Menschen auf ihren Lebensauftrag aufmerksam zu machen. Wir sehen natürlich Krankheiten heute oftmals von Institutionen und Unternehmen definiert ganz anders. Aber wenn wir in den Ursprung gehen und schauen zurück, sehen wir, dass alles, was uns passiert, wir verursacht haben. Jetzt höre ich ihre Stimmen, dass der eine sagt, na, wenn mich einer anfährt, habe es doch ich nicht verursacht. Jetzt müsste man sich einmal darüber hinwegheben und müsste einmal schauen, was war davor, auf welchem Weg waren sie gerade wohin, Was wollten sie dort tun, war es vielleicht von göttlicher Hand geführt, dass der sie angefahren hat und sie nicht ihr Ziel erreicht haben, weil vielleicht die Konsequenz eine viel schlimmere gewesen wäre. Und so sollten wir anfangen, die Dinge mit Distanz zu betrachten und uns vor allen Dingen nicht persönlich involviert fühlen. Wenn wir in die Distanz gehen, haben wir einen riesigen Vorteil. Wir sehen das Ganze. Und je näher, Sie kennen das, je näher ich davor bin, jetzt sehe ich nur das, ist es weg, kann ich die ganze Proportion erkennen. Und das Wasser trinken höre ich auch dieses Jahr nicht auf, im Gegenteil. Und aus der Überlegung heraus können wir natürlich ganz anders agieren, wenn wir etwas zu dem Thema in Distanz gehen. Warum ist das so? Ist doch ganz klar. Je weiter ich zurückgehe, desto mehr habe ich im Blick und desto mehr kann ich übersehen. Und so würde ich vielleicht oftmals bei Handlungen die Konsequenzen dessen sehen, was mein Handeln betrifft und dann sagen, uiuiui, das mache ich besser nicht, weil so habe ich es nicht gesehen. Sind wir aber immer am und immer vorne und erster sein und noch schneller und noch besser und das müssen wir auch noch und das auch noch, verliert man den Überblick. Und wenn man den Überblick verliert, ob das in der Familie ist, warum verlieren die Menschen den Überblick über die Problematiken in ihrer Familie? Weil sie mittendrin sind und weil sie immer nur das Teil sehen. Würden sie sich etwas zurücknehmen, wie das in früheren großen Familien war, wo letztendlich das Familienoberhaupt, wenn ich das mal das Wort so gebrauchen möchte, was eigentlich auch Unsinn ist, aber nur, dass sie die Definition hören, dann wurde der erst gefragt, wenn es nicht mehr weiter ging. Da haben alle schon geredet, alle schon darüber nachgedacht und wenn es dann nicht klar wurde, dann ist man zum Familienoberhaupt, der dann letztendlich eine Entscheidung getroffen hatte, wenn er ein weißes Familienoberhaupt war, immer eine gute Entscheidung. Und so soll es auch mit ihrem Leben sein. Gehen Sie ein bisschen auf Distanz zu den Dingen und glauben Sie mir eins, was ich in meinem Leben bis heute gelernt habe. Es gibt nichts und zwar gar nichts, was sofort erledigt werden muss. Wir müssen uns anfangen, wieder Zeit zu nehmen, weil sie steht uns zu. Wir haben einen Anspruch darauf und die Zeit ist nicht, was uns zu Stress macht. Wir ordnen uns einem chronologischen System unter. Müssen Sie sich mal vorstellen. Um eins ist Mittagessen, um zwei ist Arbeitsbeginn, um drei ist Kaffeepause, um vier ist Besprechung. Ständig, ständig sind wir in diesem Dilemma. Brechen Sie doch mal aus. Versuchen Sie es doch mal. Versuchen Sie mal, wenn Sie Termine vereinbaren, zu sagen, ich komme zwischen. Haben Sie keinen Stress mehr. Ich sage den Menschen immer, wenn ich eine längere Anfahrt habe, sage ich immer, ich komme so zwischen und. Ja, aber ich sage, können Sie es nicht genauer sagen, sage ich, nee. Weil erstens habe ich keine Lust, dreieinhalb Stunden vorher wegzufahren, um irgendwelche Eventualitäten einzuplanen, weil das ist meine Lebenszeit und meine Lebensqualität, die dann drauf geht. Und wenn ich von mir ausgehe, wenn jemand eine halbe Stunde zu spät kommt, wird er von mir nie einen Vorwurf hören. Erstens, ob der kommt oder nicht, ich habe immer so viel zu tun, ich könnte rund um die Uhr arbeiten, sieben Tage die Woche, 365 Tage im Jahr. Und hätte dann auch immer Dinge, die ich nochmal nachstudieren möchte oder mit denen ich mich näher beschäftigen möchte oder oder. Und wenn der dann um zwei nicht da ist, ja, dann kommt er halt um halb drei. Für mich macht das gar nicht. Und wenn Sie anfangen, das mal so zu betrachten und von dieser ganzen Reglementierungswut weggehen, plötzlich merken Sie, Ihr Leben bekägt eine ganz andere Qualität. Plötzlich ist jeder freundlich, plötzlich kann man ganz anders miteinander umgehen. Warum? Weil wir uns frei gemacht haben. Und darum geht es. Machen Sie sich frei. Auch wenn natürlich Widerstände da sind. Und wenn es eine Gruppe von Menschen gibt, die ohne Reglementierungen nicht existieren können, weil sie vielleicht selbst nicht Verantwortung für ihr Leben übernehmen wollen und es lieber haben, wenn ein anderer Ihnen sagt, was Sie zu tun haben. Die dürfen das ja auch so weiterleben. Aber sie sollen sich nicht aufspielen zu den Herrschern der Nation, indem sie hingehen und sagen, so, das müssen jetzt alle so machen. Und so ist es bei allen Dingen. Alle Dinge, die aufgezwungen werden. Und heute hat man da natürlich ja ein Werkzeug, das nennt sich Gesetz. Und zack, dann wird es da hingeschrieben und die Gesetze nehmen immer mehr zu. Die Berge von Gesetzbüchern, Advokaten, Juristen und den entsprechenden Institutionen wird immer größer. Dann muss es auf der anderen Seite ja so sein, dass die Menschen immer schlechter werden. Nach dem Gesetz zumindest definiert. Weil wozu brauchen wir immer mehr Gesetze? Warum verpflichtet man nicht die Politik, das immer wieder zu überprüfen, ob das alles noch zeitgemäß ist und ob wir das noch brauchen? Dann wären wir ja wieder bei was? Ja, bei der Eigenverantwortung. Und da müssen wir hin. Wir können nicht glauben, dass wir anderen unsere Gesundheit anvertrauen und aufhören, unseren Körper zu spüren und uns zu fühlen. Wir können nicht davon ausgehen, dass andere für uns Sicherheit darstellen, wenn wir nicht anfangen, in einer Gesellschaft zu leben, die liebevoll ist. Wenn wir in dieser Gesellschaft so weiter agieren und Hass, Neid, Wut, all diese Negativdinge ständig Bestandteil unseres Lebens sind, glauben Sie wirklich, dann wird sich auf unserem Planeten etwas verändern? Niente. Nichts wird sich verändern. Weil das sind alles Gefühle der niedrigen Schwingungsebenen. Das bedeutet, wir fangen an, in Widerspruch zu unserem Planeten zu gehen. Und glauben Sie mir, wir können mit unserem Planeten wachsen oder der Planet wächst ohne uns. Und wir dürfen nicht denken, dass es so ist, wie es ist und dass wir alle Dinge bestimmen und regeln können, denn wir hängen uns oft sehr weit aus dem Fenster und viele fallen hinaus. Sie merken es nur nicht gleich, weil der Weg nach unten natürlich relativ weit ist in diesem Zusammenhang. Und dann, was ist das Ergebnis? Ein unendliches Chaos. Eingriffe in die Natur haben uns in der Vergangenheit immer wieder gezeigt, dass der Mensch gar nicht in der Lage ist, dieses komplexe, zusammenhängende System zwischen dem Boden, der Erde an sich, den Pflanzen, den Tieren, den Menschen und den atmosphärischen Dingen wie Wärme, wie Feuchtigkeit und so weiter, Tag und Nacht und was es da alles gibt. Das ist so ein komplexes System, was da zusammengreift und was da seit Jahrhunderten, Jahrtausenden reibungslos funktioniert. Und wirklich glaubt irgendeiner, und wenn ich diese ganzen, ich sage immer, Pseudowissenschaftler sehe, die zwar Titel und Approbationen und was weiß ich alles in ihrer Tasche haben, aber letztendlich sich und ihre Seele verkauft haben zum Geldverdienen. Und da geht es nicht mehr darum, zum Wohle der Menschen zu arbeiten, nein, da geht es nur noch darum, seinen Job möglichst sich vergolden zu lassen. Wo führt es am Schluss hin? Diese Wissenschaft schafft kein Wissen, sie kann es gar nicht, weil sie nicht aus sich heraus agiert, sondern im Auftrag handelt. Und Wissenschaft ist genauso etwas, was frei sein muss, wo die Menschen aus ihrem Herzen arbeiten müssen. Was gab es tolle Erfindungen, wenn wir die Uhr mal um 100, 200 Jahre zurückdrehen? Was war da alles möglich? Und meinen Sie wirklich, da ist einer hingegangen und hat jemand bezahlt für eine Entwicklung? Nee, nee, das waren alles Enthusiasten, Visionäre. Das waren die Menschen, die auf unserer Welt etwas bewegt haben, weil sie Visionen hatten. Ich habe vor Jahren ein Buch in die Hand gekriegt aus der Geschichte von Daimler-Benz. Und Daimler-Benz hat ja in der Nähe von Stuttgart, in Bad Cannstatt, in einer ganz kleinen Garage angefangen, den ersten Motorwagen da zusammen zu friemeln. Und dieser Gottlieb Daimler und ich glaube, dieser Karl-Benz, ich weiß es gar nicht mehr genau, ich müsste mal nachschauen, ich glaube, die beiden waren der Meinung, dass man Kutschen fahren kann ohne Pferde. Das Ergebnis war der erste Motorwagen. Was da heute draus geworden ist, sehen Sie. Glauben Sie, wenn die beiden damals auf die ganzen Leute gehört hätten, die ihnen gesagt haben, das geht nie, das kann nicht funktionieren und dann kamen die anderen, die gesagt haben, wenn der Mensch schneller als 50 oder als 30 kmh fährt, dann wird er auseinandergerissen. Und die irresten Dinge, ich kann mich an Berichte erinnern, wo die Leute Angst vor dem Zug hatten, weil sie gedacht haben, man wird krank, wenn man in dem Zug sitzt oder mit dem Zug an einem vorbeifährt, als die erste Eisenbahnlinie zwischen Nürnberg und Fürth gebaut wurde in Deutschland. Da bei all diesen Dingen haben wir zwei Punkte wieder. Ich vertraue nicht auf meine innere Stimme, ich lebe in einer Angst und ich habe kein Vertrauen. Aber ohne diese drei Dinge, liebe Zuschauer, Sie sind so ein fantastisches Publikum, fangen Sie an, sich damit zu beschäftigen. Nicht meinetwillen, ich tue das schon lange, weil ich einfach da Erkenntnisse daraus gewonnen habe, die ich jeden Tag bestätigt sehe. Aber es geht nicht darum, zu überzeugen oder zu missionieren. Das darf nie der Grund sein. Es geht darum, es auch vorzuleben und zu sagen, schaut, ich mache das so und so und so und es entspricht zwar vielleicht nicht ein paar Regeln, die im einen oder anderen Country gelten, aber es funktioniert und es hat ein besseres Ergebnis wie bisher. Natürlich gibt es hier und da ein Problem. Wozu sind Probleme da? Um sie zu lösen. Und immer hat es Lösungen gegeben, die für alle passend waren. Und auch die, die vorher gesagt haben, das geht nicht, haben irgendwann dann gesehen, doch, es geht doch. Warum ist dann unsere Welt so, wie sie ist, von Regeln und Dingen überhäuft? Weil wir, Schauberger sagte, falsch bewegen und ich sage, wir leben falsch. Weil wir es nicht richtig gelernt haben. Weil es nicht darum geht, in Ganzheitlichkeit den Menschen zu reflektieren. Nein, es geht darum, die Ebenen zu trennen. Nein, wir machen jetzt die Dinge, die körperlich sind. Wir machen die Dinge, die geistig sind und wir machen die Dinge, die seelisch sind. Das heißt, alles Seelische übernimmt die Kirche, alles Geistige übernehmen Schulen, Lehrer, Universitäten und sonstige Institute und das Körperliche bleibt bei uns. Also, und das behalten wir nicht mal und zeigen uns verantwortlich. Nein, das übertragen wir noch Medizinern oder anderen Menschen, die anscheinend wissen, was mit unserem Körper so funktioniert. Und wenn ich dann hineinschaue, hat vor kurzem ein ganz bekannter Mann, ich habe den Namen jetzt nicht im Kopf gesagt, über die letzten hunderte Jahre hat Medizinforschung und Medizintechnik eins erreicht mit vielen Milliarden. Und zwar, dass kein Mensch mehr gesund ist. Kann man als ketzerisch ansehen, diese Aussage oder vielleicht sehen wir das etwas unter der Thematik Comedy. Aber, wenn ich dann hinten dran schaue und sehe die Zahlen, wie Krankheiten steigen, sehe die Zunahmen der Kosten für Kassen und so weiter, muss ich leider sagen, er hat recht. Genau das, was er sagt, ist, die Invaliditätskassen werden immer leerer, weil die Zahl der Invaliden, die heute viel mehr die psychischen Problematiken haben, steigt und steigt und steigt. Auch, wenn ich heute in 20 Minuten kurz gelesen habe, dass man mit Gehirnströmen den Leuten nachweist, dass sie doch nicht psychisch krank sind. Ich meine, auch da kommt mir immer mal der Gedanke, ob hier nicht eher der Schutz der Kassengelder das Thema ist, als wirklich zu schauen, was ist mit dem Mensch los. Und wenn es eine Methode gibt, um das ja festzustellen, wieso gibt es dann trotzdem diese ganzen Ausflippereien? Und wieso brauchen wir trotzdem so einen Haufen Psychopharmaka, wenn das doch alles gar nicht so ist, wenn wirklich dann irgendwelche Zahlen? Ich werde das weiter verfolgen und mir die Dinge anschauen und Ihnen darüber berichten. Jetzt möchte ich Ihnen noch drei Briefe einmal zeigen, die ich bekommen habe. Und ich lese alle Dinge, auch wenn es immer nicht zeitnah ist, aber wenn ich dazukomme. Und diese Sachen sind immer wieder Dinge, die ich Ihnen nicht vorenthalten möchte, weil sie auch mich berühren und weil ich immer wieder Anregungen und Anstöße bekomme, um einen Schritt weiter zu gehen. Und das macht es doch aus. Wir sind doch nicht alle als Einzelkämpfer auf dieser Welt. Das Zusammen, das Gemeinsame, das liebevolle Miteinander umgehen. Wenn der eine kommt und sieht, ah, der Doktor, dann war es ewig schon rum. Und er kommt dann und fängt an mir zu zeigen, du, so könnte das auch gelöst werden. Oder hier könnte ich dir helfen. Oder geh doch mal zu dem, der beschäftigt sich schon lange mit dem Thema. Das heißt es. Es heißt zusammen, zusammen, nur zusammen erreichen wir das Ziel. Egal in welchem Bereich. Alles, was in die Richtung Einzelkämpfer geht, wird verschwinden und wird sich nicht umsetzen lassen. Warum? Dann bräuchten wir ja alle niemanden, wenn wir alles ja alleine machen können. Und die Welt zeigt uns, dass das nicht so ist. Und die Welt zeigt auch, alle die, die es probiert haben, sind alle irgendwo auf der Strecke geblieben. Vielleicht auch. Der eine ist krank geworden. Der andere hat einfach aufgegeben, weil er gesagt hat, das schaffe ich nicht. Und der Dritte hat sonst irgendwas gemacht. Viele Thematiken, die wir uns betrachten, die aus der Gemeinsamkeit entstanden sind, haben lange Jahre, Jahrzehnte, manchmal Jahrhunderte Bestand. Und jetzt schauen wir uns noch den Text an, der getitelt wurde, Gedanken zum neuen Jahr 2014. 2014, das Jahr der Saat des Lebens. Eine Zeit großer Fruchtbarkeit und Wachstum, da die Saat, die wir in uns tragen, aktiviert wurde und unsere Fähigkeiten zur Manifestation stärker sind als je zuvor. Das Symbol für 2014 ist die Saat, die die Grundlage der heiligen geometrischen Form der Blume des Lebens ist. Ein Symbol, das ein uraltes Verständnis von Raum und Zeit erhält. 2014 ist ein siebener Jahr. Die Zahl sieben fordert uns, nach unserem größten Potenzial zu suchen. Wir werden alle ermutigt, einen Weg der Wahrheit und persönlicher Integrität zu gehen und nach den höchsten Zielen zu streben. Soll die Saat gelingen, braucht sie die bedingungslose Liebe zu allem, was existiert. Das Licht, das du ausstrahlst, wenn du glücklich bist. Die Liebe, die vom Herz kommt und zum nächsten Herzen fließt. Deine Träume und Gedanken, die die Ideen und Wünsche bildlich formen. Deine Hände, die nicht ruhen, sondern manifestieren und handeln. Deine Sprache, die mit anderen darüber spricht. Denn wenn einer alleine träumt, ist es nur ein Traum. Wenn viele gemeinsam träumen und handeln, ist es der Beginn einer neuen Wirklichkeit. Mögen deine Ideen und Wünsche 2014 zum Wohle aller gelingen. Das wünscht dir von Herz zu Herz, Olga Mayer, Zentrum für Biomedizin in der Fabrikstraße in Solothurn. Erstmal an die Olga ganz herzlichen Dank, einen wunderbaren Text nochmal zu erklären mit dem siebener Jahr. Numerologie 2014, vier, fünf und zwei sind sieben. Die Quersumme aus unserer Jahreszahl. Die ergibt sich auch aus Geburtsdaten und aus diesen ganzen Zusammenstellungen können sie sich ein bisschen über ihre Grundstrukturen. Da gibt es viele, viele Abhandlungen. Ich habe drei oder vier Bücher über das Thema Numerologie gelesen. Und Mathematik und Zahlen finden sich in unserem ganzen Leben. Ich erinnere an Grabovoy, der mittlerweile mit Zahlen und anderen ganze Dinge bewegt. Nur mit Zahlen, Codes und deren Schwingungen. Ich habe mir andere Kulturen und Religionen angeschaut. Die Tora ist ein Buch, wo über Zahlen Begriffe definiert werden. Und erst wenn ich die Zahl und den Begriff dazu kenne und über die Zahl agieren kann, komme ich zum Sinn des Eigentlichen. Ich durfte wieder zwischen den Feiertagen und auch dahin nochmal meine ganz, ganz herzlichen Grüße an den Hofheilen Bergen. Dort durfte ich bei einem spirituellen Weihnachten dabei sein und auch einen Vortrag halten. Und dort habe ich wieder viel erfahren, auch zum Thema der Kabbalah. Ganz altes Wissen, was heute zu veröffentlichen wichtiger wäre denn je. Warum? Wir haben es nötig. Wir lesen nur noch Hiopi und oberflächliche Dinge und welche Börsenkurse gestiegen sind und wo wieder ein Sack Reis umgefallen ist und wer wieder mit seinem Auto irgendwo dagegen gedetscht ist. Aber ich glaube nicht, dass das die Dinge sind, die uns in unserem Leben weiterbringen. Lesen Sie andere Dinge. Lesen Sie Dinge, die Ihnen zeigen, wer Sie sind. Und lesen Sie Dinge, die Ihnen zeigen, wie Sie sich entwickeln können. Und wenn Sie sich mit den Dingen beschäftigen, stellen Sie auch fest, wie einfach Ihr Leben werden kann, wenn Sie sich damit verbinden und wissen, ich bin das ich bin. Auch ein ganz alter Satz. Und dieser sollte Ihnen helfen zu sein. Wir sehen uns gleich nach der Werbepart. Und schon sind wir wieder zurück. Und bevor ich in die nächste Mail hineingehe, die auch einen ganz interessanten Ansatz hat, gilt es auch, ich sage das natürlich intern, aber auch, dass Sie das wahrnehmen, meinen Dank zu sagen all den Menschen, die überhaupt möglich machen, dass Sie mich jetzt zu Hause in Ihrem Fernseher sehen. Hier ohne das Team von wirklich engagierten, jungen Leuten. Und Sie wissen, wir sind kein Sender, wo man reich werden kann. Hier geht es nicht darum, sondern hier arbeitet man mit Herzblut, weil es eine tolle Aufgabe ist, ein Fernsehprogramm zu machen, was sich von dem, was so tagtäglich über die Glotzefummel zu unterscheiden, sucht. Und da engagieren wir uns sehr stark. Und da meinen ganz lieben Dank an das ganze Team von Schweiz 5, angefangen von den Menschen, die dafür sorgen, dass es hier sauber ist, bis zum Chef, denen sage ich allen meinen Dank für die tolle Zusammenarbeit im letzten Jahr und freue mich schon auf ein weiteres erfolgreiches. Und so geht es gerade weiter. Und danke, möchte ich auch sagen, dem Briefträger, der mir jeden Tag die Post bringt. Danke, möchte ich auch sagen, dem Paketfahrer, dem Busfahrer, dem Bahnfahrer, dem Polizisten auf der Straße, dem Mann, der im Krankenhaus steht, dem Pförtner an den Türen, wo ich hinein und hinausfahre und der es mir immer aufmacht und so weiter. Alle die Menschen, die dazu beitragen, dass ich meinen Job machen kann. Und manche wissen gar nicht, dass sie dazu beitragen. Und sie tun es doch, weil ohne den zuverlässigen Postbeamten, der dafür sorgt, dass die Briefe zu mir kommen, wäre vieles nicht so möglich. Ohne die zuverlässigen Postbeamten, die dafür sorgen, dass die Pakete rechtzeitig da sind, wären sie vielleicht traurig, wenn sie eine bestellte Ware aus unserem Shop nicht bekommen. All denen möchte ich meinen Dank sagen. Und wie gesagt, den ganzen Zuschauern und dem ganzen Publikum, was mich das ganze letzte Jahr und auch die beiden Jahre davor so hervorragend unterstützt hat. und mich so motiviert, ständig weiterzumachen und mehr in die Tiefe zu gehen, dass ich sagen muss, ohne sie und ohne die tolle Resonanz wäre das nicht so möglich. Und so haben wir wieder etwas gelernt. Gemeinsam machen wir die Sendung. Nicht ich mache die Sendung. Ich bin nur in der Sanduhr, stellen Sie sich vor, da, wo es so dünn wird, der da dazwischen sitzt und die Sandkörnchen weitergibt. Mehr tue ich nicht. Denn es geht natürlich nur so, wenn ich immer aktuell gehalten werde und da wir in ein ganz kleiner Laden sind und wir das im Prinzip mit zweieinhalb Personen hier machen, die Sendung Time to Do natürlich nicht, den ganzen Sender, und zusätzlich natürlich noch die Kameraleute und alles, was an der Regie ist und so weiter, kann man sich denken, dass ich da gar nicht viel bewegen könnte, wenn ich nicht so viele Unterstützer hätte, die die Sendung zu dem machen, was er eigentlich ist. Und das ist genau das Thema, wo wir uns natürlich auch überlegt haben, was können wir denn besser machen? Was können wir denn weitermachen? Und es kommen natürlich viele Thematiken auf uns zu. Also es gibt vielleicht hundert Themen, die ich noch gar nicht angesprochen habe. Und vielleicht sitzen jetzt auch einige der Zuschauer vor dem Bildschirm, die mir schon Briefe geschrieben haben oder Mails mit unendlich vielen Anhängen, wo es um eine persönliche Thematik geht. Oftmals bekomme ich Dinge, wo es um das Thema Justiz, Gerechtigkeit, Recht, Verfahren, jahrelang rauf und runter, ich lese mir das dann immer durch und konnte mich bisher noch nicht entschließen, diese Dinge in die Sendung zu bringen. Warum nicht? Ich möchte nicht, dass wir hier ein Abklatsch werden von Akte 2014 kämpft für Sie oder von Wir haben nachgefragt oder das Ganze. Soll ich die nächste Sendung machen, indem ich jetzt zu dem Gericht gehe oder zu der Partei und den frage, warum hast du dem das weggenommen, warum hast du dem das hingelegt, warum gibst du dem das nicht zurück? Nein, das ist nicht meine Aufgabe. Wenn große Ungerechtigkeiten natürlich da sind, dann zuckt es mir schon immer mal wieder, hinzugehen und wirklich zu sagen, das hat im Rechtsstaat nichts verloren. Aber Sie haben hier einen besonderen Rechtsstaat in der Schweiz und Sie könnten viel mehr tun, wenn Sie anfangen aufzustehen und sich gegen die Dinge zu wehren. Und da müssen Sie, Sie sind das Volk. Ich bin Medienschaffender. Meine Aufgabe kann es nicht sein, einen Richter oder eine der beiden Parteien hier in die Öffentlichkeit zu zerren und vielleicht, man weiß nie, wie das alles rüberkommt, was dann Gäste in einer Sendung zu so einem Thema sagen, weil man soll freisprechen können. Und es ist nicht möglich, dass ich die Zeit mir nehme, das könnte ich gar nicht finanzieren und wochenlang recherchiere, weil das muss ich tun, wenn ich hier eine Behauptung aufstelle und zumindestens die Quelle und dann sage, ja, wir haben festgestellt, hier wurde nicht richtig, nicht komplett, nicht was weiß ich, der Fall behandelt und somit konnte man nur zu dem Ergebnis kommen. Und aus dem Grund fordere ich Sie einfach auf, Sie haben viele Möglichkeiten in diesem wunderbaren Land. Nutzen Sie sie. Konzentrieren Sie sich darauf, weil das entscheidet über Ihr zukünftiges Leben, was um Sie herum passiert. Der Staat ist nichts anderes wie eine zweigeteilte Gesellschaft. Die einen heißen Bürger und die anderen heißen Government oder Verwaltung oder Staatswesen oder wie Sie das auch immer nennen wollen. Die zweite Thematik, wo ich mich auch bisher sehr zurückgehalten habe, das sind sehr persönliche Schicksale. Warum? Das ist nicht der Rahmen der Sendung. Es sind manchmal wirklich herzergreifende Dinge und es sind manchmal wirklich Dinge, wenn ich die lese, dann wird mir wieder bewusst, wie gut es mir geht in diesem Leben. Und alle diese Thematiken sind oftmals Thematiken, wo Menschen schon so angegriffen sind, dass das zu einem Desaster werden würde. Und dann kommt natürlich noch ein Punkt dazu. Alle diese Menschen sind meistens am Ende eines langen Weges. Und der lange Weg führte dann über jahrzehntelange Prozesse zu führen, über das und den zu verklagen und hier was bezahlen müssen und dort und den verloren, den wieder gewonnen und hin und her. Und dann muss viel Geld ausgegeben werden. Dann kommen die Menschen zu mir, können sich nicht mal mehr den Kaffee im Restaurant leisten, weil sie vollkommen abgebrannt sind durch jahrelange Auseinandersetzungen und erwarten dann von mir, dass ich die Kohlen aus dem Feuer hole. Und auch das, liebe Zuschauer, ist nicht meine Aufgabe. Ich bin weder ein in der Schweiz akkreditierter Rechtsanwalt, noch habe ich die Zielsetzung, hier mich juristisch zu betätigen oder beratend zu betätigen. Das darf ich gar nicht, das steht mir nicht zu, das will ich auch nicht. Mir geht es darum, dass ich sage, drei Dinge sind in dieser Sendung wichtig. Was kann jeder Einzelne tun, dass aus dieser Welt eine Welt wird, wie er sie sich vorstellt? Das ist das eine Thema. Das zweite Thema ist, was können wir gemeinsam tun, dass das zu einer harmonischen, friedfertigen, lebenswerten Welt wird. Und das dritte Thema, auf welche Dinge müssen wir achten. Und das zieht sich dann durch in den Bereichen, ob es um Gesundheit geht, ob es um das Geld- und Wertessystem geht, ob es auch um das Rechtssystem teilweise geht. Natürlich gibt es Dinge, die nicht in Ordnung sind. Und wie gesagt, wenn ich die ganzen Unterlagen, die ich da manchmal bekomme, mir anschaue, dann läuft es mir schon kalt den Rücken hinunter. Und dann frage ich mich manchmal schon, was das für ein Rechtssystem sein soll, wo solche Dinge gemacht werden. Sie erinnern sich alle an den Fall Gustl Mollat. Der Mann, der seiner Frau nachweisen wollte, dass sie über die Bayerische Hypothekenbank in Deutschland Schwarzgeldgeschäfte in großem Maße abgewickelt hat. Dann wurde der kurzerhand für gewalttätig erklärt und verrückt und wurde in die Psychiatrie eingeliefert. Sieben Jahre. Sieben Jahre für nichts. Einen Menschen gestohlen. Warum? Hier. Nur deswegen. Und heute muss dann ein Gericht feststellen, und jetzt sage ich immer denen, die das gemacht haben, wie sollen die Jugendlichen, die Kinder, die jungen Menschen darauf reagieren, wenn dann am Schluss eine Aussage kommt, dass Gericht, Gutachter, die Betroffene und deren Lebensgefährdete einen Brei gekocht haben, denn der Mollat dann sieben Jahre auslöffeln musste. Ich möchte den Menschen nur sagen, die da mitgespielt haben, ob sie verurteilt werden oder nicht, ist vollkommen zweitrangig. Eins ist ganz klar, jeder bekommt das, was er verdient. Der Herr Mollat wird sich auf ein glückliches Leben, ob es in diesem ist oder im nächsten oder in einer anderen Dimension, freuen können, weil er hat viel Leid auf sich genommen. Die anderen Beteiligten, angefangen vom Richter, der Ehefrau und so weiter, die alle in diesem Spiel mitgespielt haben, glauben Sie, dass das einfach so durchgeht? Ich habe vor kurzem wieder Statistiken mir angeschaut und einen Bericht lesen können von einem Professor, der mittlerweile im Ruhestand ist, der sagt, Demenz und Alzheimer sind heute die Krankheiten, die uns einholen, wenn wir verdrängen. Aha, so hat es noch keiner gesagt. Das verursacht einen Kurzschluss im Gehirn. Verdrängen heißt, die Wahrheit nicht sehen, die Wahrheit beiseite schieben und ein manipuliertes Ergebnis als Wahrheit verkünden. Und jetzt stellen Sie sich vor, wie Ihr Gehirn da agiert. Sie haben eine Gehirnhälfte, die rationale, die sagt, jawohl, das kriege ich so hin, das kann ich alles so durchboxen. Und dann haben Sie die sensitive Gehirnhälfte und die ist wie Ihr Gewissen und die weiß genau, dass das nicht in Ordnung ist, was Sie da tun, was Sie als Richter tun, als Polizist, was Sie als Staatsanwalt tun, was Sie als Kläger tun, was Sie als alle die Beteiligten tun, die anderen Unrecht zufügen. Und das wird nicht vergessen. Sie werden vielleicht nicht weltlich, wie Sie das denken, mit einem Gericht und Prozess und Dralala und Hayopay zur Verantwortung gezogen. Aber Sie werden von unserem Universum zur Verantwortung gezogen. Und oftmals sehe ich dann, wenn ich mich in die Distanz begebe und dahinter schaue, plötzlich sehe ich in so einer Familie großes Problem, Sohn tödlich verunglückt, Frau schwer krank, dort ein Problem, da ein Problem. Wir brauchen nicht zu denken, dass so wie wir uns ein Rechtssystem vorstellen, da hat der was gemacht, da kommt der andere und dann muss der das wieder gut machen, hin und her und hin und her. Nee, nee. Hier wird global gehandelt. Und hier geht es um Schwingungen und Frequenzen, alle die Dinge, die solche Menschen, die so handeln, gar nicht kennen. Das ist nämlich unsere Stärke, dass sie es nicht kennen. Und in diesem Text, den ich Ihnen eben vorgelesen habe, kam wieder ein Satz drin, der eigentlich sofort Ihnen ein leichtes Erschaudern hätte müssen über den Rücken jagen. Wenn ein Mensch träumt, ist es ein Traum. Wenn viele Menschen den gleichen Traum träumen, wird er Realität. Das nennt man visualisieren und manifestieren. Und das ist zum Beispiel eine der Thematiken, in denen wir uns in diesem Jahr sehr viel mit beschäftigen werden. Jetzt komme ich zurück auf diese Mail. Die Mail hat mir ein Zuschauer aus Deutschland geschickt, Mandiro, und er schreibt, er hat sie geschickt heute am Montag. Lieber Norbert Bragenwagen, deine Sendung time2do.ch schaue ich mir öfters auf YouTube an. Mein Eindruck ist, dass der Schwerpunkt deiner Arbeit auf positiven Perspektiven und Lösungen liegt und nicht so sehr auf Enthüllungen der negativen Phänomene. Das gefällt mir. Etwas, was mich auch bei anderen alternativen Sendern irritiert und dass immer mal wieder auch Gesprächspartner zu Wort kommen, die das Führerprinzip im Namen einer besseren Zukunft propagieren, ohne dass es kritisch hinterfragt wird. Egal, ob es sich um einen neuen Messias, Maitreya oder eine uralte Priesterkaste handelt, wenn ich solche Dinge höre, dann frage ich mich jedes Mal, brauchen wir immer noch einen Führer oder sind wir endlich bewusster und emanzipierter geworden und haben gelernt, statt erneut alle Hoffnungen auf einen Heilsbringer und Führer zu projizieren, der inneren Führerin zu folgen, nämlich der Intuition, die eine direkte Verbindung mit dem Dargestellten, von der auch ein Messias nur sprechen und agieren kann. Das ganze Konzept eines Messias, der im Übrigen sehr problematisch, da er auch immer eine Figur sein kann, die von diversen Agendas benutzt werden kann, um das Wasser, in Klammer Energie, unsere Aufbruchstimmung auf ihre Mühlen zu leiten. Ich halte das für sehr fraglich und frage mich, wieso solchen Botschaftern von Seiten der alternativen Medien völlig unkritisch eine Plattform gegeben wird. Ich halte das dem Ziel, dass du dich aus meiner Sicht verpflichtet fühlst, nicht sehr dienlich ist. Herzliche Grüße, Mandiro S. Mandiro, natürlich könnte ich das Gleiche machen. Ich habe natürlich auch viele Sendungen verfolgt und mache das immer noch, um zu sehen, wie in anderen Talksendungen oder Gesprächsrunden, Fragestellungen laufen, wie mit Problematiken umgegangen wird. Oftmals habe ich festgestellt, wenn der Gast mit seiner Meinung nicht dem sogenannten Mainstream entspricht, das heißt, dass er eine Meinung, die vielleicht der Chefredakteur oder der Intendant oder wie die Leute heißen, die in so großen Sendern dahinterstehen, wenn das nicht dem gefällt oder deren Leuten, die dort das Ruder in der Hand haben, dann wird der vom Moderator entweder niedergebügelt oder, und das ist nicht schwierig, mit geschickt gestellten Fragen als im Prinzip Spinner diffamiert. Warum tue ich das nicht? Und es geht mir nicht um das Hinterfragen. Ich kann nicht Fachmann in Hunderten von Themen sein. Wenn ich mir die Dinge anschaue und jetzt kommt jemand, der eine Lehre darstellt, eine Lehre, egal von welcher Couleur, Sie wissen genau, es darf nicht mit irgendwelchen Zwängen und Gewalt verbunden sein. In dem Moment, wo das so ist, ist er nicht Gast in meiner Sendung. Wenn jetzt jemand kommt, der von einem neuen Glaubensbekenntnis, der, ja, viele Menschen brauchen, in Anführungszeichen, Führer. Und jetzt könnte man natürlich, wenn man hier den neuen Messias nimmt, wie du es beschreibst, oder wenn wir hingehen und uns an das halten, was wir in unseren Kirchen so erzählen, ist das ja auch ein Führen. Und führe mich in der Versuchung. Führen ist nichts Negatives. Führen heißt nur, wann vertraue ich mich einem Führer an. Nehmen wir mal das Beispiel Berg. Berg, diese hohen Dinger, die hier in der Schweiz viel rumstehen. Wenn ich mich jetzt morgen da erdreisten will, zu sagen, Mensch, auf die Jungfrau kletter ich jetzt mal hinauf oder auf irgendeinen anderen Berg, von dem es hier wirklich Tolle hat, oder auf das Matterhorn, wenn ich ganz verdrossen bin und sage, so, den besteige ich jetzt. Also ich glaube, ohne zu übertreiben, ich würde es nicht schaffen. Warum würde ich es nicht schaffen? Weil ich mich auf Bergen nicht auskenne. Weil ich weder die Berge besteigen gelernt habe, noch in einer Gegend aufgewachsen bin, wo ich solche Berge hatte, und von Bergsteigen sowieso keine Ahnung habe. Also wäre es nicht ratsam, ohne Bergführer in so einen Berg zu gehen. Das ist bei vielen Dingen so. Wenn Sie in eine neue Stadt kommen, dann gibt es den Stadtführer. Warum vertrauen Sie sich ihm an? Weil Sie davon ausgehen können, dass der in der Stadt sich so gut auskennt und Ihnen die Dinge innerhalb von zwei, drei Stunden so zusammenfassen kann, dass Sie ein bisschen von dem wissen, wie diese Stadt entstanden, gewachsen, sich entwickelt hat, was auch immer. Und so geht das durch viele Bereiche. Vielleicht verwenden wir das Wort Führer nicht, weil es hat sowieso in Deutschland einen ganz negativen Klang. Vielleicht verwenden wir das Wort Lehrer oder Lehrender. Ein schönes Wort. Denn wer etwas zu lehren hat, der weiß auch was. Und wenn Menschen kommen und eine neue Glaubensrichtung, eine neue Lebensphilosophie, eine neue Denkweise, die sich eine Gruppe von Menschen zu eigen gemacht hat, vorstellt, warum soll ich Ihnen das nicht sprechen lassen, was er sprechen will? Warum soll ich kritisch hinterfragen? Was ist denn mit Ihnen? Ich habe es vorher schon gesagt, ich bin nur der Vermittler. Es geht mir nicht darum, das so hinzulenken, wie es einer XY-Meinung oder einem XY seiner Vorstellung entspricht. Für mich zählt, ungefiltert, im Rahmen der menschlichen Dinge, das heißt kein Rassismus, keine Beleidigungen, all diese Dinge haben in einem Fernsehen nichts zu suchen, hinzugehen und sagen, ich vertrete hier die und die Gruppe, Organisation, Glaubensgemeinschaft, was auch immer und wir sind der Meinung, dass, was können Sie sagen? Sie haben doch drei Möglichkeiten. Sie hören zu und sagen, mal gucken, was er zu sagen hat. Sie schalten um, es gibt genug Programme oder Sie fangen sich an, damit zu beschäftigen. Und treffen dann Ihre Entscheidungen. Und wenn der Herr oder die Dame oder mehrere Personen Ihre Thematik vorgestellt haben, was machen Sie danach? Das Gleiche, was ich tue, wenn ich mir das angehört habe. Ich rede da nicht vorher stundenlang, nein, intuitives Handeln, das entspricht eher meinem Tun. Ich höre mir das an und dann entscheide ich nur und ausschließlich für mich. Ich werde, wenn ich das nicht annehmen kann, werde ich das auch nicht weiter verbreiten. Und ich werde für mich entscheiden, nein, das ist für mich nichts. Aber das heißt nicht, dass ich richtig, weil richtig und falsch sind auch so Irrtümer. Nein, für mich ist das so in Ordnung. Und der neben mir sitzt, kann schon sagen, ich finde das toll, was der sagt. Jawohl, da werde ich Mitglied, was auch immer. Und? Tut es mir weh? Nein. Muss ich mit ihm einer Meinung sein? Nein. Kann ich ihn stehen lassen? Ja. Solange er nicht in mein Leben eingreift und mich plötzlich davon überzeugen will, dass das auch meine Lebensweise werden sollte. Und da liegt genau die Zukunft dahinter. Wir müssen entscheiden, dass die Dinge nur uns angehen. Jeder kann in seinem Leben entscheiden. Tue ich das grüne Handtuch heute ins Bad hängen oder das rote? Gefällt mir das eine besser oder das andere? Pflanze ich in meinem Garten Röppli, Zwiebeln und Kohlrabi? Oder setze ich lieber Kartoffeln, Tomaten und Schnittlauch? Hm. Warum sollen wir also hingehen und sollen den anderen kein Forum bieten? Nur weil sie nicht im Mainstream laufen? Nur weil sie nicht eine populäre Meinung vertreten? Und wenn es mal ein bisschen extrem wird, ja dann sind wir doch froh, dass wir es wissen. Dann hat es der doch schon gesagt und wir sind gewarnt und wir wissen, das ist so eine Gruppe von Menschen, die sich abschotten, einkerkern, wo vielleicht das eine oder andere Geschlecht relativ rechtlos ist, die Kinder vielleicht gar nichts zu sagen haben und so weiter und so weiter. Es gibt die dollsten Dinge, wenn sie, wie gesagt, das alles lesen würden, was mir täglich auf den Bildschirm oder auf den Tisch kommt, da schütteln sie sich manchmal oder reiben sich die Augen, weil sie gar nicht verstehen können, dass es so etwas geben kann. Wie man so mit Menschen umgehen kann oder mit Kindern oder wie man so agieren kann gegenüber unserer Natur oder, 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 gibt es tausend Dinge. Aber was ist wichtig? Das Wort muss frei gesprochen werden können. Und Sie dürfen entscheiden. Ja, Sie sind der. Keiner trifft für Sie Entscheidungen. Sie sind der, der sagt, jawohl, das stimmt für mich und das stimmt nicht. Fertig. Ich bin auch kein anderer. Ich tue das Gleiche. Nur, wie gesagt, die Themen, die ich hier zeige, sind Themen, die haben eine Relevanz. Und Sie zu Hause, Sie sind der, der dann sagt, toll, dass ich das erfahren habe, wusste ich gar nicht, das schaue ich mir näher an. Vielleicht können Sie nach einem halben Jahr sagen, nö, war doch nichts. Oder Sie erkennen das Thema nach einem halben Jahr und sagen, Mensch, damals habe ich es doch schon gesehen oder gehört, habe ich es nicht geglaubt. Jetzt sehe ich, es stimmt. Und dann kriegen Sie von mir den größten Chapeau überhaupt. Weil, wie ist so die Volksmeinung? Ja, gestern hast du noch so gesprochen und heute sprichst du ganz anders. Und was heißt das? Was soll das heißen? Das soll heißen, ich darf mich nicht weiterentwickeln. Ich darf nicht durch Lernen mehr Erkenntnisse gewinnen, um mir dann eine andere Meinung zu bilden. Ich muss also, wenn ich einmal mir eine Meinung gefasst habe, mein Leben lang an der Meinung festhalten, dass ich nicht irgendwann was anderes sage. So ein Blödsinn. Sie dürfen jeden Tag Ihre Meinung ändern. Wird zwar nicht gut und praktikabel sein, aber Sie dürfen es, weil es Ihre Meinung ist. Und die dürfen Sie ändern so oft und so lange Sie wollen. Und keiner hat darüber eigentlich einen Kommentar abzugeben. Sondern, ich nehme die Meinungen zur Kenntnis. Punkt. Fertig. Muss ich nicht beurteilen. Ich höre mal, was er zu sagen hat. Und entweder es ist für mich okay oder es ist für mich nicht okay. Und dann brauche ich nicht mehr mit dem zu diskutieren. Ich lasse ihn stehen. Das, wo er ist. Er will das sein. Also, warum soll ich kritisch hinterfragen? Ich lasse ihm doch das erzählen, was er erzählen will. Dann ist es doch authentisch. Wenn ich jetzt hingehe und fange immer an, auf einen Punkt zu bohren. Ich kenne das aus anderen Sendungen. Dann führe ich ihn doch in eine Falle. Und das mache ich nicht. Ich lasse ihn reden, wenn ich etwas nicht verstehe. Frage ich ihn oder wenn mir etwas nicht detailliert genug ist, dass ich es selbst nicht begreifen kann oder auch denke, dass der Zuschauer, der eine oder andere, es vielleicht nicht verstehen kann, dann lasse ich es erklären. Aber kritisch hinterfragen ist bei mir der Beginn der Manipulation. Und wie gesagt, Sie kennen das Thema mit Fragesätzen. Und da tun sich einige meiner Kollegen sehr hervor. Nicht sehr rühmlich, aber sie tun sich sehr hervor. Jeden Menschen kann ich riskieren. Egal, wer das ist. Und zwar einfach mit geschickt gestellten Fragen. Und wenn Sie den Job machen, den ich hier mache, dann haben Sie das auch gelernt. Dann gehe ich hin und sage, ist an dem Gerücht, dass Sie, jetzt kann ich das Band aufpacken, dieser und dieser Gruppierung angehören, im Verdacht des Kindesmissbrauchs standen, im Thema Rauschmittel. Ich hole mir irgendwas aus der Luft, packe es in den Satz, ist an dem Gerücht, dass Sie, Punkt, 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 etwas dran, was sagen Sie dazu? Jetzt hat es jeder gehört und sagt, was, der und Rauschgift und Kinderpornos oder sonst irgendwas. Im Prinzip war es nur eine Finte. Es war nur ein gesprochener Satz. Und schon habe ich alle gefangen. Und alle denken jetzt, dass der, der mir gegenüber sitzt, eventuell jemand ist, der mit der oder der Untat etwas zu tun hat. Das ist eine ganz üble Art von Fragestellung. Und da können Sie jeden Mensch, können Sie da in eine Enge buxieren, wo er nicht mehr herauskommt. Aber mit Journalismus und mit faire Gesprächsführung hat das nichts zu tun. Und das werde ich auch nicht tun. Weil es entspricht mir einfach nicht und entspricht auch nicht der Zielsetzung, wie ich mir vorstelle, wie heute ein Fernsehen von Menschen für Menschen funktionieren soll. Dass wir uns nicht gegenseitig in die Pfanne hauen, nein, dass wir uns unterstützen. Es ist wichtiger denn je, in dieser Zeit uns zu unterstützen. Zusammen zu wirken, zusammen zu arbeiten und zusammen zu leben, zu lachen und zu lieben. Und das erinnert mich immer wieder an eine meiner Gäste, die auch vor zwei Jahren einmal und glaube ich auch ganz am Anfang mal bei mir war. Sie kennen sie alle unter dem Namen Lena. Heute muss ich sagen, die Kristallfrau. Die unterschreibt immer als Grußformel, lebe, liebe, lache. Und in diesem Sinn möchte ich die heutige Sendung beenden und das soll unsere Zielsetzung sein für dieses gerade angefangene neue Jahr. Leben, lieben und lachen. Und wenn Sie sich das zum Vorsatz nehmen, dann hat das Leben plötzlich eine ganz andere Güte und eine ganz andere Qualität. Und Sie fühlen sich besser. Dankeschön, bis morgen Abend. Timetodo.ch ist Ihnen präsentiert worden von Bali Berseri. Timetodo.ch